Rund 50.000 Tonnen Gerätebatterien werden jedes Jahr deutschlandweit in Verkehr gebracht und mit ihnen umweltschädliche Metalle wie Blei, Lithium oder Kobalt. An der Uni Freiburg entwickelt Birgit Esser Alternativen. Wir forschen an einem neuen Batterietyp, der viele Vorteile gegenüber gewöhnlichen Batterien hat. Unsere Batterien kommen ohne Metalle aus und als Elektronenmaterialien verwenden wir Kunststoffe. Das heißt, die Batterien sind einfacher zu recyceln. Im Computer lassen sich neue Kunststoffmoleküle ein Stück weit planen und zusammensetzen. Was wir vorher berechnen können, ist, welche Spannung die Batterie haben wird, also 1,5 oder 3 Volt, und welche Kapazität zu erwarten ist, das heißt, wie viel Strom man speichern kann. Wir können allerdings nicht vorher berechnen, wie oft die Batterie sich laden und entladen lässt, also ob das 5 Zyklen oder 1000 Zyklen sind. Und dafür müssen wir die Kunststoffe im Labor herstellen. Kunststoffe werden zunächst als Aktivmaterial für die sogenannten Elektroden eingesetzt. Von der Qualität dieser Elektroden hängt es ab, wie viel Strom eine Batterie speichern und wie oft man sie wieder aufladen kann. Das Besondere an unseren Batterien ist, dass wir die Metalloxide von den Lithium-Ionen-Batterien ersetzen durch organische Kunststoffe. Man kann sich das so vorstellen wie zum Beispiel etwas wie Polystyrol, Styropor, was wir aber noch modifizieren durch organische Synthese, um dort ein Elektrodenmaterial zu erhalten. In einem ersten Schritt wird der Kunststoff für die Elektroden im Labor erzeugt und dann pulverisiert. Die Rolle des Stromleiters in der organischen Batterie übernimmt gewöhnlicher Ruß. Ein Binder sorgt wie im Zweikomponentenkleber dafür, dass sich Ruß und Kunststoff gut vermischen. Die Mischung wird mit einer Spezialwalze hauchdünn auf eine Metallfolie aufgetragen. So dann werden runde Stücke ausgestanzt, die bereit für den Einsatz in einer Batterie sind. Zum Beispiel im Gehäuse einer herkömmlichen 3-Volt-Knopfzelle. Als unterste Schicht wird die eine Elektrode eingelegt. Darauf kommt eine Trennschicht, die einen inneren Kurzschluss verhindert. Diese Trennschicht wird mit sogenannter Elektrolytflüssigkeit gedrängt. Dadurch entsteht ein Raum, in dem die Ionen zwischen den Elektroden wandern können. Beim Entladen der Batterie in die eine Richtung und beim Aufladen in die entgegengesetzte Richtung. Auf die Trennschicht folgt dann die Elektrode mit der neu entwickelten organischen Substanz. Darauf ein Metallplättchen und eine Feder für guten Kontakt. Und zum Schluss der Deckel. Mit einer Presse wird die Batterie unter hohem Druck fest verschlossen. Jetzt muss sie sich in aufwendigen Testreihen bewähren. Wochenlang wird sie immer wieder geh- und entladen. Dabei misst eine Software die Leistung. Wenn wir ein vielversprechendes Material gefunden haben, treten wir in Kontakt mit der Patentabteilung der Universität und reichen eine Patentanmeldung ein. Das haben wir zum Beispiel im letzten Jahr gemacht. Da hatten wir ein Elektrodenmaterial entdeckt, was extrem schnell ladbar war, in nur drei Minuten. Und was sehr viele Lade- und Entladezyklen überlebt hat. Wenn das Konzept ausgereift ist, werden organische Batterien im Vergleich zu Lithiumzellen mit ähnlichen oder besseren Leistungen aufwarten können und damit die umweltschonende Stromspeicherung einen Schritt weiterbringen. Vielen Dank.